Herzlich willkommen bei einem neuen Video von SubTV und herzlich willkommen bei einem neuen Subventure. Das heißt für uns wieder mit den Stand-Up Paddleboards auf eine mehrtägige Subtour gehen. Heute befinden wir uns in Schleswig-Holstein und wollen die Schwentine von Eutin bis nach Kiel paddeln. Subventure heißt für uns Stand-Up Paddling verbunden mit Abenteuer. Das heißt wir haben alles auf dem Stand-Up Paddleboard mit dabei, was wir die nächsten Tage brauchen. Komplettes Schlaf-Setup mit Zelt und Schlafsäcken und natürlich auch Verpflegung und wir können uns diesmal sogar Essen kochen. Unsere Tour startet hier am Eutiner See, dem großen Eutiner See und dann geht es die Schwentine runter im Optimalfall bis Kiel. Wir müssen mal schauen wie das Wetter ist. Noch scheint die Sonne, noch strahlt die Sonne vom Himmel, aber das Wetter soll die Tag auch ein bisschen schlechter werden. Es soll regnen, es soll ein bisschen Gewitter geben und wir müssen dann immer mal schauen wie weit wir wirklich an diesem Tag mit den Stand-Up Paddleboards kommen. Da viele auch das Gepäck interessiert, hier in den zwei grauen 30 Liter Drybags haben wir unsere Kleidung, hier meine, da Franzis. Hier haben wir Daily-Sachen sozusagen drin, da wo wir wirklich dann noch während der Tour dran müssen, Karte und so weiter und so fort. Und hier haben wir wirklich ganz viel drin, da haben wir ein Zelt drin, noch eine Pumpe, falls doch mal Luft entweicht. Kochzeug, Verpflegung, Getränke, das ist alles in diesem riesigen Drybag, also in dieser riesigen Tasche, die wir einfach hinten aufs Bord gepackt haben. Dann haben wir noch Kleinkram, was wir einfach so zwischenklemmen, zum Beispiel Schuhe und so weiter, Käppi. Dann haben wir noch Flaschen, die wir mitnehmen aufs Bord, die wir uns einfach so ummachen, dass wir einen schnellen Zugriff auf Wasser haben. Weil Trinken ist natürlich, gerade wenn man sich so viel bewegt, auch wirklich wichtig und dann kann die Tour auch eigentlich schon starten. So, nach ein bisschen Packen und Fotos machen, sind die beiden Boards jetzt startklar. Hier das Macayo Scout und hier haben wir das Starboard Touring Deluxe. Und ich bin mit ihr mit dem, da kann man sich immer wieder aufs Bord mitnehmen. Und ich bin mit ihr durchs Bord auf den Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, jetzt kurz hinter der Umsetzstelle müssen wir die Boards schon ein bisschen schieben. Hier ist das Wasser leider zu flach. Das ist im Grunde so dieses Verbindungsstück von dem Eutiner See bis hier jetzt zum Kellersee. Das ist aber nicht weit. Da müssen wir die Boards jetzt ein bisschen schieben. Wir haben jetzt den Kellersee erreicht. Glücklicherweise ist der Wind nur ein bisschen aufgefrischt. Weil wir jetzt eigentlich gegen den Wind paddeln müssen. Aber das geht alles noch. Das dürfte eigentlich noch ganz entspannt werden. Den Kellersee haben wir jetzt hinter uns gelassen. Man muss sich auf dem Kellersee eigentlich immer nur links halten. Dann sieht man irgendwann so eine grüne Boje. Da fährt man drauf zu. Und dann findet man auch die Ausfahrt, wo es dann weitergeht. Wir sind jetzt gerade in Bad Malente, paddeln hier so einmal durch die Stadt. Und das ist richtig, richtig idyllisch, richtig schön. Macht also richtig viel Spaß. Und hier ist das Wasser nicht wirklich tief. Es reicht aber aus, um mit dem Board nicht stecken zu bleiben. Und gleich geht es weiter auf den nächsten größeren See. Die haben hier ihre eigene Privatrutsche direkt rein ins Wasser. Wir sind jetzt kurz hinter Bad Malente. Und hier ist jetzt der zweite Punkt, wo man umsetzen muss. Ungefähr 200 Meter muss man hier hoch und dann bis zum Dieksee umtragen. Der ist irgendwo da hinten hinter den Bäumen. Hier ist die Einsatzstelle. Hier kommt man dann wieder rein. Und hier haben wir den Dieksee, wo dann die Tour gleich weitergeht. Das Schöne auf dem Santa Paddleboard ist, man kann einfach überall ins Wasser. Gerade bei so einer Tour, wenn die Sonne von oben scheint, ist es doch schön, zwischendrin mal eine Abkühlung zu bekommen. Das Schöne von oben ist, wenn die Sonne von oben ist, wenn die Sonne von oben ist. Hier seht ihr das jetzt sehr schön. Natürlich gibt es auch Schiffsverkehr. Hier sind überall so Rundfahrschiffe. Und natürlich haben die Schiffe immer Vorrang vor uns Stand-Up-Paddlern. Das heißt, wenn ein Schiff kommt, fahrt an die Seite, haltet euch rechts und dann ist auch alles sicher. Dann seid ihr auch sicher in den kleineren Kanälen unterwegs. So, hinter dem Dieksee sind wir jetzt angekommen. Hier ist jetzt Timmdorf. Da hinten kommt man rein vom Dieksee und dann hat man hier direkt in Timmdorf eine wunderbare Stelle zum Anlegen. Es gibt ja viele private Anlegestellen, aber hier darf man tatsächlich anlegen. Hier steht Timmdorf, die Brücke und hier hat man eine wunderschöne Fläche, wo man dann auch verschiedene Sitzmöglichkeiten hat. Das ist wirklich cool, weil wirklich viel privat ist. Und hier hat man so eine ganz, ganz tolle Stelle. An dem Bählersee kommt man da hinten an. Das hier ist dann der Höftsee. Und da fährt man eigentlich straight auf diese Brücke zu. Da darf man allerdings nicht lang. Da ist eine Sohlgleite mit Strömung. Da geht es runter. Hier ist auch so ein Seilgespann, dass man da nicht runterfährt. Das darf man nicht. Aber hier links hat man eine Ausstiegsmöglichkeit. Und da gibt es hier dann entsprechend eine Übersetzstelle, dass man an der Sohlgleite vorbeikommt. Hier könnt ihr das sehen, wie viele Fische hier im Wasser sind. Und richtig krass. Direkt hinter der Umsetzstelle. Ich versuche das mal zu filmen. Ankunft auf dem Plönersee. Wir glauben gar nicht, was wir für ein Glück haben. Eigentlich sollte es regnen heute Nachmittag mit der Gewitter. Und es scheint immer noch die Sonne und wir haben nahezu keinen Wind. Also auch perfekte Bedingungen hier auf dem Plönersee. Und für uns natürlich umso besser, weil wir jetzt einmal über den See rüber müssen. Wir müssen nach da hinten ungefähr. Also wirklich einfach nur toll. Jetzt kommen wir perfekt über den Plönersee. Da muss man natürlich schauen, wie das mit dem Wind ist. Wenn starker Wind ist, dann ist es nahezu unmöglich, hier rüber zu kommen. Da sind richtig starke Wellen. Und dann ist es natürlich auch nichts für Anfänger. Wir hätten kurz vor diesem See noch eine Ausstiegsmöglichkeit gehabt. Haben uns jetzt aufgrund der Windbedingungen dafür entschieden, weiter zu paddeln. Über den Plönersee noch rüber bis zum Campingplatz. 18 Kilometer haben wir jetzt schon ungefähr geschafft. Bis zum nächsten Mal. Wenn man auf den Plönersee kommt, blickt man auf zwei Inseln. Da orientiert man sich so auf die linke Insel zu, lässt die dann rechtzeitig von sich liegen, fährt weiter geradeaus. Und dann muss man schauen, dass man diesen Einstieg hier findet. Der ist ein bisschen klein, man kann ihn leicht übersehen und ist auch sehr flach. Das heißt, hier muss man jetzt ein bisschen die Boards durchschieben. Dafür ist es eine Abkürzung zum Campingplatz. Wir haben jetzt ungefähr 21 Kilometer geschafft. Und wir sind jetzt so gut wie am Campingplatz. Dreh die Kamera mal. Hier ist direkt der Campingplatz-Spitzenort, wo wir heute übernachten wollen. Und Ankunft. Und hier sieht man jetzt diese Dimensionen von dem riesigen Plönersee. Das war also nicht nur der Teil dahinter, hinter der Prinzeninsel beim Schloss, sondern das alles gehört auch noch mit dazu. Der Plönersee ist ja auch der größte See Schleswig-Holsteins. Und schon ist das Zelt für Tag 1 aufgebaut. Wir hatten es ja neulich noch auf Fehmarn mit. Da haben wir es schon mal ausprobiert. Und jetzt steht es hier auch wieder an unserem Schlafplatz. Direkt am Plönersee. Schlafsack, Isomatte und das ist so ein aufblasbares Kopfkissen. Das kommt jetzt alles ins Zelt. So, die Matte zum Schlaf ist aufgepumpt. Sind super leicht und sehr kompakt zu verstauen. Wir sind natürlich gespannt, wie man darauf so schläft. Das Schöne ist, wir haben hier direkt so eine Picknickbank. Das heißt, wir können jetzt unsere ganze Ausrüstung einmal ein bisschen sortieren. Die Drybags sind natürlich nass. Gerade die, die vorne waren, wenn man doch mal das Paddel übers Bord gezogen hat, das nasse. Also jetzt sortieren wir uns so ein bisschen. Und dann kochen wir uns aber was Leckeres zu essen. Wir sind jetzt am Plönersee angekommen und wollten für euch noch ein kurzes Fazit vom heutigen Tag abgeben. Ja, wir sind ja über verschiedene Seen gepaddelt. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir hatten Glück mit dem Wind, dass wir einfach so über die Seen rübergekommen sind. Wir sind 21 Kilometer gepaddelt und doch auch recht entspannt gepaddelt. Hier bis zum Campingplatz, Spitzenort, wo wir jetzt die Nacht verbringen werden. Und morgen geht es dann weiter. Wir wollten eigentlich gar nicht ganz so weit paddeln. Aber die Wetterbedingungen waren heute eigentlich optimal, sodass wir dann halt schon doch so weit gekommen sind. Mit den Boards und den Gepäckten, das funktioniert alles soweit. Da mussten wir auch gar nicht so viel tüfteln. Letztes Jahr war es ja noch so ein bisschen ausprobieren. Dieses Jahr haben wir jetzt zwar diese eine große Gepäcktasche, aber im Großen und Ganzen wussten wir, dass es funktioniert. Genau. Und also wir sind 21 Kilometer gepaddelt und während des Paddels fand ich, dass sich das gar nicht so angefühlt hat wie 21 Kilometer. Am Ende dachte ich irgendwann, okay, ich bin schon langsam ein bisschen groggy. Aber die Strecke ist einfach so unglaublich abwechslungsreich durch die vielen Seen und die kleinen Flüsse. Und es sieht immer anders aus. Und dadurch hat man irgendwie ganz die Zeit vergessen und auch die Kilometer vergessen. Das Einzige, was jetzt sehr anstrengend war, waren die Strecken, wo man die Paddel umtragen musste. Die Boards. Die Beine, genau, die Boards. Das erste Mal ging noch. Das zweite Mal war schon echt ziemlich lang und weit. Und da das Board von Steffen halt mega schwer ist, das Scout, da mussten wir das immer absetzen und zwischendurch eine Pause machen. Und danach haben wir uns dann auch ein Eis gegönnt. Dadurch war es dann ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten war es wirklich eine wunderschöne Strecke. Bisher. Und jetzt schauen wir mal, was uns dann erstmal in der Nacht erwartet und dann natürlich, wie die Strecke morgen weitergeht. Mal schauen, wie weit wir es morgen dann schaffen.